ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk internet geht noch alter nicht das jetzt hier hallo internet youtube ok gut so stellen wir mal wir müssen irgendwas müssen wir das einnehmen halten wir müssen in diesem bereich der mit so kleinen pfeilen jetzt steht da verteidigen was denn nun ja weil wir jetzt drin sind so lange einer drin ist steht da verteidigen und wenn du raus gehst steht da und wie lange müssen wir das verteidigen ist eigentlich immer soweit ich glaube einer mindest ich habe es mir zerstört ja mal geil ich habe jetzt irgendwie gelesen diesen es mir kann man ausweichen indem man sich doch stimmt was ja hinlegen reicht auch drucken ich glaube ich hinlegen aber ob man sich drucken kann das weiß ich nicht muss mal ausprobieren oh granaten hast du dir gedacht hast du dir gedacht lol jetzt ist mein ich sehe nicht mal lol ich sehe nicht mal meinen mein punkt von meinem visier was das denn was geht denn hier ab oh lol was geht denn jetzt ab hui du heilige ach jetzt müssen wir unten hinter das ist was hab ich denn 3-3 haben wir in Schammergeld ok wo müssen wir hin da unten verteidigen umkämpft wie komme ich da unten hin ach so stimmt das ist hier unten mit diesem komischen Kellerdinger Keller auf dem Boot genau er hat mich mal herunter sag aber wie komme ich denn jetzt da hin das ist immer so gut wenn man sich so super auf der Map auskennt ja da geht es runter da kommt einer WTF die Wand schlafen war auch mann L Prozent es gibt doch nicht mehr die Leute um dich lässt er stehen und mich nicht darum ich glaube sie auch ein er ist so nicht er nach der Fresse schüttliche hier und zwar scheiße er war um das ist der Thema und oder allein nicht so bestellen okay ganz ganz großer sprühdreck aber umgammelt einer lol ich habe eben 325 punkte gekriegt für was das denn wenn du während du in dem komischen stellungsding bist und dann mehr punkte okay cool das haben sie hier ein bisschen antreibt besser als bei ja dass man hierfür objektiv stehen auch ein bisschen was oh mein okay einfach einstimmst ist vielleicht nicht so schlau genau ich wollte mal blendkran mitnehmen wo ich weiß gar nicht ob ich schon habe stellung abschuss ich werf mal hier meine leuchtestäbchen ran hier ist gar nicht die ausrüstung die ausrüstung okay und oh lol ja zwei von rechts meine frisse und der fällt nicht um der fällt einfach nicht um ich glaube auch auch mann eko ist überall eh ich schreibe ich mich nicht Ja leck. Marcel bleibt ganz ruhig. Ich riech mich. Ich hab ihn gekriegt. Hello Kitty hat getötet. Scheiß Katze. Lol, der messert, der messert. Ah! Fail. Ja, was ist eigentlich euer Lieblings-COD? Lieblings-COD? Äh, FW2, FW3. FW2. FW2, das ist schön alt. LOL, war der nicht gechockt? Ich glaub nicht, der hat's kaputt gemacht. Egal. Was haben wir denn? 9-13? 8-13. Oh, das ist ein Wächter. Oh, verdammt. Das ist natürlich doof, wenn da so ein Wächter steht. Der ist schon mal ziemlich kacke, ne? Ich glaub bei Stellung, da lohnt Dings ganz schön. Erstmal Flipper anschießen. Was lohnt da? Oh, loll, hier ist schon wieder ein Wächter. GMP-Granaten. Die ganzen Wächter und Geschütze und so, alle kaputt. GMP-Granaten. Ja, Leck, genau. Lecker zerstört. GMP-Granaten. 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 War ja nicht eben noch jemand? Nee, gut. Ja, dann laufen wir mal hier zu dem... Was schon wieder unten war? Oder? Nee. Brauch nur noch 10 Sekunden. Ach, wechselt das ja immer wieder. LOL. Gemessert. Ich glaube auch. So, wo ist sie jetzt? Ey, das gibt's doch nicht, ey. Stellung umkämpft. Werfegranate! Oh, lol. Stellung gehört uns. Stellung gehört uns. Oh, da ist irgendjemand in mein Stäbchen reingelaufen. Stellung umkämpft. Achtung, die Ausrüstung wurde zerstört. Ich camp jetzt hier. Wie ein alter Sack. Jetzt kommt schon. Au. Oh. Hab'n mein'n geschützt. Ach, das war dein'n geschützt. Oh, von oben. Oh. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Feindliche Hunter-Killer-Drohne. Ich hab' Hunter-Killer. Uh. Uh. Ja, Mensch. Das erste Mal lass' ich... Äh, nicht das erste Mal, aber das erste Mal nicht da runter. Hier, los, Hunter-Killer! Schnapp's in dir! Wuhu! Flippert schon wieder ein geschützt? Alter, was gehst'n du ab? 31.17. Ja. Der Flippert zeigt's, wo lang geht. Wo, wo, wo lang geht. Das auch öfter. Loll. Da haugt da einer drin. Oh, ist Leck bei mir. Ach, du Scheiße, was war das für Leck? Peinlich, peinlich. Ja, tut mir leid. Da kann ich euch gerade auch nicht sagen, was das ist. Mann, ey! Ey, da kommen die aber auch von allen Seiten, die Kekse. Alter! Hätte der uns jetzt bald weggemacht, ey, das wär richtig peinlich gewesen. Was ist denn mit Marcel los? Der ist so leise. Abkonzentriert. Ja, ich, 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 ich... Ich versuche mich hier gerade nicht, äh, aufzuregen. Und mich zu vermasseln. Ach, Marcel. Ich schalte mich auf! Ja, was schalte ich. Oh. Was hat denn der Marcel eigentlich? Wo ist er denn? Hat er unten? 8,25. Ja. 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 Ich verstehe das sowieso nicht bei, bei, hier Black Ops mit diesen komischen Symbolen, da, was den Rang angeht, was, was die mir sagen, irgendwie sagen die mir nämlich nichts. Zum Beispiel, Filippo, bist du jetzt nur vier Ränge über mir, oder wo bist du jetzt? Nee, das ist, das Prestige. Kannst ja, wenn du einmal 55 gespielt hast, kannst du, kannst du neu starten, quasi. Ach so. Okay. Und, umständen, neuen Klassenplatz. Klasseneditor. Okay. Und, ah, okay. Verständlich. So, äh, wechseln wir nochmal, oder bleiben wir hier drauf? Ja, also ich möchte diesen komischen Symbols nicht mal einmal spielen. Da, stimmt mal, Nuketown. Was ist denn Hauptquatch, ey? So ein Ranz-Ding, ey. Das ist fast dieselbe Gestellung, äh, ähnlich wie Gestellung. Ich will aber überhaupt, ich will mal Nuketown spielen, hab ich noch gar nicht gespielt, noch nie. Nuketown ist nice, auf jeden Fall. Ich dachte erst, das hab ich, also ich ja sowieso nicht, aber, ne, klasse. Aber wenn du ein richtig, richtig richtig gutes Gameplay raushauen willst, dann musst du, äh, privates Match gegen Bots. Ja, das hab ich mal gemacht, um das Spiel erstmal zu raffen. Sehr gut. Ja, aber da sind die Bots, ah, die sind krass dumm. Also, wenn man die auf leicht stellt, oder so, dann... Laufen so die ganze Zeit gegen die Wand. Ne, die stehen vor dir, die schießen immer daneben. Und sie gucken dich auch erst an, wenn du einmal... Und drehen sich dabei im Kreis. Sobald du die auf schwer, oder so, stellst, haben die, weiß ich, jetzt den Aim-Bot, oder so, dann gucken die sofort an und knallen die ab. Optimal gelöst nicht, da waren die alten Bots bei, äh, Counter-Strike 1-6. So, okay, jetzt nehm ich ja nochmal die gleiche Klasse, ist jetzt egal. So, wo muss man hin, hier? Äh, das taucht da hier auf. Oh, lol, nein, ich will nicht. Aber wir müssen erst in drei Sekunden, müssen wir erst da hin. LoL, erstmal schön dagegen werfen. Aua! Ja, da war ich schon mal weg. Aua! Jetzt müssen wir zum Hauptverdieners nehmen. Alter! Oder erobern. What the fuck? Der Flipper liegt ja einfach mal so ganz lässig zwischen. Boah! Das geht immer alles so schnell, hier. So viele Gegner. Juhu! Ach, und wenn das Hauptquartier zerstört, äh, online ist von uns, dann spawnen wir nicht mehr wieder. LoL! Snapper. Wenn das Hauptquartier... LoL. Ach so! Jetzt ist es gerade online und wenn ihr jetzt sterbt, spawnt ihr nicht mehr wieder. Dann warten müssen wir bis zum Ende der... Oh, loL! ...dass die das Hauptquartier zerstört haben. Das heißt? Okay. Ach! Da bin ich hier da. Jetzt ist es kaputt und jetzt können wir wieder weiterlaufen. LoL! Der hat eben vier Gegner umgenutzt. Ausdrücken. Ausdrücken. Also so gesagt, sowas wie Such und Zerstören. Nur mit Hauptquartier oder was ist das für ein wahr? Ja, ungefähr. Mit Mischung. Okay. Nur dass beide Teams quasi... LoL! Oh! Nein! Der kommt aus der... Oh Mann! living God! Und wer das hier drückt... Und wer die Schreie ist online? Schütze! Black Granate! Lade nach! Schadenschütze ausgescheitet! Werf eine Granate! Schadenschütze ausgescheitet! Werf eine Granate! Schadenschütze ausgescheitet! Werf eine Granate! Marcel, du weißt auch zu den Wopps, die sich einfach mal hinlegen. Das mag ich gar nicht. Du hast dich doch eben hingelegt vor mir, oder? Marcel? Das warst du. Ich bin gestorben. Echt jetzt? Das hat sich auch hingelegt. Jetzt gucken wir hier mal Marcel zu. Komm, du machst alles fertig hier. Los Marcel, fertig! Warte, warte, da war doch einer! Ach man Marcel, ey! So, haben wir jetzt verloren? Nee, die müssen jetzt... Achso. Also, sobald wir das einmal eingenommen haben, müssen die es erstmal wieder zerstören. Dann geht die neue Runde quasi. Oh! Was war das denn? Achso. Hell, ey. Hunter Killer? Drei Kills? What? Einer Hunter Killer? Ich glaube, ja. Ob ich den nicht fattkriege? Oh. Mann! Hauptsache, ne Schockladung hoch wäre. Ich muss danach erstmal irgendwie... Granaten und Wurf... Ey, das gibt's doch nicht! Hier, doofe Puppe, du. Kann ich die nicht kaputt machen? Machst die mal kaputt? Oho, ich hab hier den Arm abgeschlagen. Oho, voll brutal. Alter! Ich sterb die ganze Zeit durch irgendein... diese komischen Abschussdinger... Blah Serien... Blah... So, hier gucken wir mal zu... Wer lebt hier noch? Marcel lebt auch noch? Lebt Flippen noch? Nein. Ne, ich bin auch gerade irgendwie gestorben. Okay, Marcel. Jetzt aber hier. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Oh! Oh nein! Oh mein Gott! Schieß den Koffer ab! Schieß den Koffer ab! Böser Koffer! Ja, hast... Hast dein Bestes gegeben! Ich bin so... Komisch, Alter! Das ist so anders als die anderen CODs! Oh Gott, ey! Scheibe mich! So, los geht's! Also habt ihr da irgendwie ne Taktik, wie ihr da rangeht oder so? Oder stürmt ihr auch so wie ich einfach irgendwie irgendwo rum? Ach bumm! Alles gut, ja! Ich hab mir mal ne Snapper genommen und hab mich mal in den Raum verschockt. LOL! Jetzt sind die schon hinter mir? Oh, die haben geschützt! Wow! Da dumm rum! Oh, Granate! Ey, das gibt's doch nicht! Da hockt der da aufm Boden und campt oder was? Maaan! Ja, bei mir grad auch! Ja! Richtig gefickt, Junge! Oh Mann! Wo bin ich denn hier? Oh Mann! Hier ist gar keiner! Hallo? Loll! Das war das Gesch... Nein! Nein! Das war... Oh Mann! Jetzt sind wir wieder alle tot! Oh Mann ey! Gibt's doch nicht! Komischer Spielmodus! Oh Mann! Ja, also irgendwie... Irgendwie kann ich mich... Find ich das auch nicht so geil! Vor allem die Spawn Point! Gerade wo wir wieder reingekommen sind, waren gleich genau vor uns! Du! Ich hab mal einen Kill gemacht, hab auch harmegell! Oh lol! Ey, was ist das die immer schon hinter mir sind! Was heißt denn? Ey, schon wieder von hinten ey, das gibt's doch nicht! Nein! Alter ey! Alter, jetzt nehm ich mir auch mal ne Schock an ey, da könnt ihr mich mal vollkommen am Popo schmatzen! Feindliche Drohne nähert sich! Feindliche Drohne nähert sich! Feindliche Drohne nähert sich! Aber ich hab zu verteidigen, hab ich auch zu sagen, ich spiele das Spiel nicht! Machst du da jetzt irgendwas, oder liegst du da bloß? Ich nehm den Punkt gerade ein hier! Achso, das müssen wir einnehmen! Das ist eigentlich das Ziel des Spielmodus ist! Achso, lol! Wie leg ich mich denn hin? Oh, ich hab's eingenommen! Äh, wir haben's eingenommen! Und jetzt ist er eingenommen! Und jetzt müssen wir quasi den Punkt verteidigen! Und möglichst am Leben bleiben! LOL! Was ist das denn?! Ja gut, das mit dem am Leben bleiben hat sich schon mal erledigt! Okay, ich flippe jetzt aber hier! Schaut euch den Pro an hier! Oh! Ah! Tja! Ja! War, war, war da gut! Fast! 9,15! Oh maaan! Ey, wie schlecht ich schon wieder bin! Das Geheimnis haben das Hauptquartier zerstört! Das Geheimnis ist eigentlich, also die Sache dabei ist, wenn man bei so'n Spielmods oder Modus auf, äh, auf Object spielt! Also das, was man eigentlich machen soll! Das ist mir eigentlich nie gut! Glaube ich! Und wenn du Punkte einnimmst, da stirbst du halt öfter bei, als die ganze Zeit deine Typen abkippen! Da steht da schon wieder Ziel! Warum nehmen wir das nicht ein? Achso, da hab... Noch geht das nicht! Achso, ist noch nicht online! Na, jetzt seh's ja! In 7 Sekunden erst! Die Ausrüstung wurde zerstört! Jetzt gleich! Nein! Von hinten! Oh, wo ist er? Leut, der ist nicht gestorben! Schon wieder von hinten! Oh, wo ist er? Hä? Los, das nehmen wir ein! Hammergeil! Oh, lol! Da bin ich an nem Gegner vorbeigelaufen! Oh, lol! Achso, schon wieder vorher hier! Okay, dann, äh, Marcel oder Flippo? Marcel oder Flippo? Nimm Flippo! Nimm Flippo! Los! Nimm Flippo! Nein! 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 Aua! Aua! Okay, jetzt Marcel hier! Warum hast du eigentlich... Bist du in nem Clan drin? Nein, ich hab mir einfach so'n scheiß Clan-Tack vorgemacht! Wollts cool wirken, ja? Oh, ja! Gut, Marcel, mach weiter so! Guck, Marcel, mach weiter so! Guck mal her! Guck mal her! Oh, jetzt schau ich mir selber zu! Ach, ey, das gibt's... Wie lange machen wir das jetzt hier? Äh... Ich glaub, bis 200 Punkte geht das! Wie? Na gut, dass wir schon so viele haben! Ja, wir haben 175, das ist... Ach so, das sind wir! Ach so, das sind wir! Hallo! Naja, und vor allem zu null! Also, die Gene haben bis jetzt noch nichts geschissen bekommen, sagen wir! Ach so, aber ich bin immer gestorben! Na egal! Ja, aber die Kills zählen nämlich! Das ist ja... Rupsi! Ah! Ich bin unbedingt nicht zum Weinen! Jetzt kommen wir hier wieder hin zum Erobern und Einnehmen unten! Boah! Ich will nicht, dass diese Molucken schon wieder von hinten kommen! Zwei Molucken! Mann! Das gibt's noch nicht! Oh, ein Nöbsan vor... Fuh... Fuh... Oh, das sind Gegner! Aua! Das ist immer noch bei uns! Jetzt nimm einen hier! Ich... Oh! Kurz vor Einnehmen! Ich glaub's auch! Och, scheiße! Jetzt bin ich schon wieder dauerhaft tot hier! WTF? Hast du ein goldenes Messerflipp oder hast du es eben getäuscht? Oh! Oh! Keine Antwort! In Achtung! Feindliche Gruppen haben das Hauptquartier zerstört! Ich hab einen goldenen Ständer! Was? Du hast einen Ständer? Alter! Genau! Wie kann das denn sein? Wie kann das sein, dass ich spawn und einer schon spawn hier? Ja! Echt mal! Was ist denn das für ein scheiß... Guck mal her hier! Ja! Was? Also... Ihr wolltet, äh... Nuketown spielen! Überhaupt, das ist eure Schuld! Ja, ich wusste ja nicht... Nein, ich sag's mal so! Fabi wollte Black Ops 2 spielen! Hehehehe Ja, gut, okay! Aber es gibt doch bestimmt noch andere Modus auf Nuketown, oder? Das sind alle Modus! Team Deathmatch, aber das macht's auch nicht besser! Hehehehe! Okay, dann spielen wir den nach einer anderen Map! Ist auch okay! Äh, andere Modus, würd ich sagen! Das... Ja, das ist auch okay! Dass wir vielleicht mal vor, dass er so einen Abschluss bestätigt oder sowas! Ja, ja, ist okay! Oder so und so stamm! Ich nehme gerade das Ding ein! Sehr gut! Flippo macht das! Ich nicht! Äh, Dina meinet ich eigentlich! Ach, die Gültere muss ein! Lol! Wallhack nun! Na, das ist natürlich nicht gut! Granate fliegt! Die Granaten wie, äh... Kon... Vielleicht haben wir... Jetzt haben wir... Eingenommen! Sehr gut! Haben wir jetzt gewonnen? Ne, anscheinend noch nicht! Ich... Punkten also, glaube ich! Wir nehmen an! Haben wir jetzt gewonnen? Hehehehe! Oh, es geht doch weit... Es geht doch über 200 Euro! Achso! Okay! Dann sind's 250! Wanns du wissen?! Alter, ich hab Handakiller! Hammergeil! Ja, los! Go! Oh! Tod! Hehehehe! Ich guck gerade zu! Ehe! Hammergeil! Hehehehe! Ohohohohoh! Mein Gott, ey! Ich kriech da zu viel! Achso! Alter, wie lang geht das denn hier? Meine Fresse! Da müssen wir 15! Eins und ein Bein! Das Leid muss doch ein Ende haben. Oh lol, da ist schon einer. Jetzt bin ich tot. Hinten sitzt die ganze Zeit einer hinter diesem... ...artet sich einen ab. Okay, das waren meine... ...Leuchtestäbchen. Flupus ist irgendwie der einzige der beeintabt, kann das sein? Ich möchte gewinnen. Schon, komm schon. Oh. Sieg zu 0! Mothaf! Ja Mensch, hammergeil. Also gut, dass wir das mal gesehen haben, ey. Hätten wir echt was verpasst. Pam, 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 pam. Ja, Mensch, hammergeil. Gut, dann wechseln wir jetzt nochmal die Map und den Modi und dann... ...sehen wir uns, äh... ...Feuer-Modus. Wechseln sie mit 5 zu... ...was? Oh, ich hab ne Armbrust. Hammergeil. Viel Spaß damit. Okay, ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich denk mal, da werden, äh, Flipp und Muster auch nochmal dabei sein. Lalalalalala. Hoffen wir's mal. Okay, dann, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao!